Hallo Amutasches und seid herzlich willkommen bei den Lusos, ich bin Seymour Himmelbosser und ich habe ein neues Spiel für euch ausgepackt, nämlich Garrys Mod und darunter Prop Hunt und der Deko ist auch mit dabei. Grüß dich bitte. Und den Deko muss ich jetzt suchen. Das heißt Prop Hunt, es sind alles so kleine, so kleine, oh, hab ich schon was gefunden? Alles kleine Items und die können sich verstecken. Und die müssen wir suchen. Und das ist richtig schwer. Und immer wenn man schießt, dann verliert man Leben. Das heißt, man darf nicht willkürlich alles abschließen, was man hier sieht. Und ich mitgebe mal eben wieder was ein. Was haben wir denn hier? Oh, Alter. Oh, ich bin so gut versteckt. Du bist so gut versteckt, das will ich sehen. Wo bist du, Mister? Wo bist du? Also, Mäuschen, mach mal Piep. Mäuschen, mach mal Piep. Ich habe gerade einen Sound abgespielt. Ach, das hört man dann? Weiß er nicht. Weiß auch nicht. Einen Kollegen von mir sehe ich schon mal. Derp, 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 derp. Dieses Sound ist so geil. Jawohl! Einen habe ich. Ah! Wo bist du, Mister? Wo bist du? Oh, Jutta. Ich bin mal Tralala. Hahaha. 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 Wo bist du? Hier? Hier musst du irgendwo sein. Hahaha. Ich habe dich. Ich habe dich. Alter, du bist mir nicht bewegt, Alter. Hahaha. Wie im Leben. Ja, nächste Runde. Oh, diesmal kann ich mich verstecken. Diesmal kann ich mich verstecken. Ja, ja, ja. Und diesmal muss der Dekum ich finden. Am Anfang ist man so ein alter Opa. Und dann kann man mit der Taste E sich in andere Gegenstände verwandeln. Und ich weiß echt nicht, was... Warte mal. Oh, das ist doch geil. Das ist doch gut. Oder? Und... Auf geht's. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Oh, oh. Oh, oh. So. Nimm dich in Acht. So. Mal schauen, ob die uns kriegen. Das sieht schon mal richtig gut aus, was da steckt. Mal sehen, wie oft die in einem vorbeilaufen. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Oh, oh, oh. You can't touch this. Oh, you can't touch this. Oh, oh, oh. Nein. Nein. Oh, nein. Nein. Wie hast du das herausgebunden? Wie hast du... Wie? Alter. Einfach als Stuhl versteckt oder was? Ja, wie hast du das herausgebunden? Ja, weil du Soundtap spielst. Ach so, ist das dann richtig laut oder wie? Ja, ich kann das hören halt, ne? Oh, da hab ich mich ja selber ins eigene Fleisch gebissen. Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt kann ich mich wieder vor den Deko verstecken. Und ich war ja, ich war ja grad so geil versteckt. Ist der denn niemals rausgefunden? Niemals. Alter, mein erstes Versteck war das Beste. So, ich weiß nicht, wo ich hier gehen soll. Ich bin zu... Sieben Sekunden. Ich bin eine scheiß Mikrowelle. Gut zu wissen. Oh, oh. Oh, oh. Das ist so ein scheiß Versteck. Das ist so ein scheiß Versteck. Das ist so ein Kache. Oh. Oh, oh. Oh. Lol, da läuft immer noch einer so rum. Einer ist schon nach mir vorbeigelaufen. Ah. So, ich entspann mich. Ich lege mich zurück. So, Digga, erzähl mal was ein bisschen hier. Sonst, dass du sie schon in den Stuhl. Sonst, dass du sie schon in den Stuhl. Ich will Tralala. Ich find das aber nicht. You touch my Tralala. Wo haben wir es? Can't touch this. Das will ich aber nicht mal. Can't touch this. Äh, machen wir mal. Ha. Überlebe ich echt die Runde? Das wäre ja trollig. Das wäre ja trollig bei diesem Versteck hier. In der letzten Minute würde ich sagen, wandere ich nochmal herum. Ne, in den letzten 30 Sekunden wandere ich nochmal herum. Mach doch mal einen Sound. Ja, wo ist... Wo ist Tralala? Ich find's einfach nicht. Ach, ne, ta-da. Wie jeder hier can't touch this macht. Machst du gerade? Hab ich gerade. Alter, dann bin ich ja mieser Arsch. So, nur einer noch. Smokeweed, David. Smokeweed, David. Nein, ich war zu laut. Ich hab einen erwischt. David. Da hat der Michael zum Schluss noch ziemlich verarscht, ja. So, wieder... Nächste Runde jetzt darf ich wieder den Deko suchen. Oh, yeah. Ich gucke mal, ob ich jetzt mein altes Versteck wiederfinde. Alte Versteck. Immer was Neues machen. So, acht... Sieben, sechs, fünf... Vier, drei, zwei, eins... So, Dicke, wo hast du dich versteckt? Wo? Das ist ein geiler Sound, ey. Wo sind die Herrschaften? Hey, aber die Sounds ändern immer. Leeroy Jenkins! Nein! Nein, ich komme nicht raus! Scheiße! Jetzt bist du schon wieder verkrämt mit dir, oder wie? Ich war Leeroy Jenkins. Ach so. So, diesmal mache ich den guten alten Bewegungstrick. Immer in Bewegung bleiben. Das wird jetzt eine geile Runde. Also, ich tot bin nicht, aber... Da... Huh! Ah! Kommst du da nicht rein, der Deko, oder was? Oh! Es hat erstmal geklappt. Es hat schon mal geklappt. Auf Wunderschaft! Mal pass auf Wunderschaft! Weiter geht's hier! Huh! Huh! Hüpfen, hüpfen, springen! Du kannst aber lehrt, dass du springen! Huh! 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 Nein! 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 Oh! Geile Runde, ey! Ich war echt der letzte... Scheiße, wie viele Sekunden waren denn noch? Das habe ich gar nicht gesehen. War nicht mehr viel, glaube ich. Aber wir sind jetzt... Du hast den Sieg verschenkt. Ich habe den Sieg verschenkt. Aber jetzt sind, äh, der Deko und ich in einer Gruppe... Guck, guck, wo bist du, wo bist du? Ding, 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 ding! Ich bin mal ein Leimer! Ding, ding, ding! What does the fuck say? Wo bist du, Digga? Ich bin Tasse. Ich bin Mülleimer. Jetzt bin ich Lampe. Lampe? Wo? Äh, ich meine Flasche. Na, ich weiß, ich kann gar nicht mehr reden. Ich meine eine Blume. Ja, dann, ich bin vor dir. Die Grünen will Tasse. Achso. Kein Touch ist. Komm hier. Ne, das ist so easy. Oh, hier. Der vierte. Was ist ein vierter? Oh, oh! 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 Es ist über 9000! Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Wie geil ist das denn? Ich habe so ein Chapeau versteckt. Ehrlich. Jetzt heißt es wieder chillon. Hier, ich bin in diesen einen Raum, wo diese Papierrollen in den Schränken sind. Kannst ja mal vorbeischneiden. Ich bin in diesen Raum, wo diese Papierrollen in den Schränken sind. Der hat mich mit einer Granatenmärfer gekämpft. Der hat mich mit einer Granatenmärfer gekämpft. Für eine scheiß Tasche mit einer Granatenmärfer. Nicht mal einen Schuss mit ihm macht, der wie sowas hat, Alter. Warte, ich sage auch noch mal was. Damit wir mich mal finden. Bad Boys, Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come from you? Ach, der Datenschrank da bist du da. Bad Boys, Bad Boys. Ja. Sieht man das von außen? What you gonna do when they come from you? Nein. Nein! Also, okay. Du stehst jetzt nicht gerade so rum, wie die anderen stehen, aber. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Oh, oh. Ja, aua! Oh, 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 ich riechst dich auf mich. Ja, Mann! Was war das denn, Alter? Ist das ein Trottel? Du hast ihn direkt noch bewegt! Habe ich mich bewegt? Du hast mich bewegt? Ich wollte die gerade abbauen Mann, Alter Das kann doch nicht wahr sein Bei mir habe ich gepasst alle, die direkt vom Granatenwerfer auf mich schießen Warte Das geil ist ja für sogar 139 Leben Gundam Style Als Tasse hast du einen Gundam Style Wuppa Gundam Style Er schießt irgendwas anderes ab, aber nicht mich Wie geil ist das denn? Ich feiere den Typ so Der knallt alles ab außer mich Ist das denn das? Ich höre es, wer das ist Jetzt sind aber zwei hier Wie ist die Musik dazu noch? Fucking ernst, Alter Ich sag dir, diese Verstecke sind die geilste Man muss nicht immer eine kleine Tasse sein Am besten nimm ein Auto auf den Tisch drauf Das was am auffälligsten ist Das hilft am meisten Ich mach auch noch mal was hier Ich mag Trains Oh, oh, der ist gerade da Doch mach jetzt Ich mach Jetzt Fünf Sekunden noch Wuppa Gundam Style Wuppa Gundam Style Wuppa Gundam Style Dann machen wir natürlich noch mehr davon Oder natürlich andere Sachen mit Garyxmod wie TTT Oder was weiß ich Ja, gebt einen Daumen nach oben Und dann bis zum nächsten Mal See ya Reingehauen Und dann bis zum nächsten Mal